So, ich habe jetzt heute das Pfiff heute mal mit zum Stall genommen und möchte euch direkt mal demonstrieren, wie einfach es wirklich ist, das heute zu befüllen. Ihr seht das einmal komplett. Hier oben haben wir jetzt einmal Klett. Können wir ganz einfach aufmachen. Und hier drin haben wir Eisen, was ich einfach so biegen kann, dass ich eine große Öffnung habe. Und so direkt einfach das Heu reinfüllen kann, ohne das Heunetz aufzuhalten. Also ich finde es super praktisch. Kein Heunetz mehr, was ich aufhalten muss und gucken, dass ich irgendwie den Anfang da rein kriege. Genau. Und zum Verschließen kommen natürlich gleich noch mehr rein. Einfach wieder zusammen zu kletten und aufhängen. Ich zeige euch gleich, wie es in der Box aussieht.